Oft sind es die kleinen, unauffälligen Dinge, die unser Leben entscheidend bereichern. Die eine ausschlaggebende Zutat, die den Unterschied macht. Auch unsere Additive von Lanxess verwandeln die Welt ein bisschen. Sie sind wichtige Zusatzstoffe, die gezielt die Eigenschaften von Produkten entscheidend verändern. Motoren und Maschinen sind unsere wichtigsten Antriebskräfte. Tief in ihrem Inneren, wo Drehzahlen und Schwungmassen Kraft und Gegenkraft erzeugen, ist Reibungslosigkeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. An diesen Orten höchster Temperaturen und höchster Leistung vertrauen die Menschen auf Lanxess-Qualität. Denn es sind unsere Schmierstoffadditive, die den Verschleiß ihrer Maschinen minimieren und deren Lebensdauer entscheidend verlängern. An jedem Tag unseres Lebens kommen wir Menschen mit Kunststoffen in Berührung. Kunststoffe schützen uns, unsere Waren und Güter machen Lebensmittel haltbarer und kommen überall dort zum Einsatz, wo andere Materialien weniger gut geeignet sind. In zahllosen Produkten sorgen unsere Kunststoffanwendungen für Sicherheit und Spaß. Denn Polymeradditive von Lanxess unterliegen hohen Anforderungen, strengen Kontrollen und stehen weltweit dafür, dass unsere Kunden hochwertige und sichere Produkte für uns alle herstellen. Seit jeher wissen wir Menschen um den Segen und den Fluch des Feuers. Seine verheerende Wirkung einzudämmen und an manchen Orten sogar ganz auszuschließen, ist eine Aufgabe, deren Entwicklung wir uns konsequent widmen. Schon heute sind wir stolz sagen zu können, dass Lanxess-Flammschutzadditive Leben retten. Durch die Bestandteile Brom und Phosphor verzögern sie das Ausbrechen von Feuer erheblich und geben mehr Zeit für die Evakuierung. So machen wir das Leben an unzähligen Orten sicherer. Kaum eine technische Konstruktion oder ein Gerät auf dieser Welt ist frei von Gummi. Gummi begegnet uns täglich in Form von Schläuchen, Ummantelungen, Reifen, Dichtungen und vielem mehr, was unser Leben entscheidend beeinflusst. Lanxess Rubber Additives verleihen diesen Produkten jene besonderen Beschaffenheiten, die nötig sind, um Flexibilität, Dichte, Dehnbarkeit oder Nachhaltigkeit bei ihren Höchstleistungen zu optimieren. Farben sind das Löcheln der Erde, sagt ein Sprichwort. Und tatsächlich beeinflusst kaum etwas derart unsere Stimmungen und unser Wohlbefinden, wie es Farben zu tun vermögen. Lanxess Colorant Additives belieben Elektroartikel und Trinkflaschen. Sie lassen Farben und Tinten strahlen und unterstützen den Menschen auf vielfältige Weise dabei, seine Welt mit all seiner künstlerischen und kreativen Kraft jeden Tag eine Nuance bunter zu gestalten. Additive sind die stillen Stars vieler Produkte. Das Quäntchen, das unseren Alltag nachhaltiger, widerstandsfähiger oder manchmal auch einfach nur ein wenig bunter macht. Dafür forschen wir. Das ist es, was wir Energizing Chemistry nennen. Das ist es, was wir in derzeit. Die Wohlbeidenz von Tinten. Wirahen. 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 Vielen Dank.